ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zur ex die n64 version die geile die gute 1998 da wir beim letzten mal die novizen cups gerockt haben und gucken wir mal ob standard schwieriger ist new city wieder wenige mal ich glaube ich bin mal hier dinge ausprobiert big fan der bio rex noch schreiten dazu soll immer ein bisschen mehr auf max speed max bieter standard new city die musik ruck digger was you get up in this guy's about you because it's almost a bit boxen ich war noch boxen ich wollte zwar den roten kriegen aber der war auch gerade in der nähe ok wir brauchen ein bisschen beschleunigt können wir mit bus loslegen aber wie wir vorbeiziehen ja gar keine chance verdammt gucken wir mal wie viel vorsprung schaffen können zu den anderen das level ist ja noch relativ weit räumig da kann man eigentlich kaum kaputt gehen außer der einstelle beim jump hier die hier ist die einzige stelle wo man kaputt gehen kann okay ich hätte vielleicht nicht voll durch brusten sollen aber wie kommt es dass die hier vor mir sind die nasen das kann ich gar nicht nachvollziehen muss mal ganz frech wieder aufladen ich glaube wenn die wir und noch weiter auf kriegs gehen muss ich töten das war ein fehler er hat überlebt verdammt okay wir ziehen ins ziel ich dachte kann wieder ein umdruck so erster ein haben wir kaputt gemacht rundenzeit bestzeit 1 15 32 sekunden so luft nach oben der bio rex der gute ich hab mal gucken können wir unser gewalt ist ja zweiter silence high speed strecke na das wisst ihr wochen geht max speed grand prix reis standard silence let's go 21 jungen kiste kommt die jonen arsch jetzt jetzt schafft er das links ist das ding links 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 bitte links jetzt ganz bitte wieder und jetzt kommen wir ziehen jetzt sind die dinge vorbei ja so ist eine kaputt gegangen tschüss na so dicken umgehauen mal nebenbei wenn wir es können da sage ich nein geht hier alle weg ich muss ja ein gewinnt ok mal gucken was für max wie der ganze linke ist doof der cloud ist so high speed das spiel sagt 1800 ist die höchstgeschwindigkeit die man erreichen kann wir gucken ob wir herankommen verdammt ich hätte vielleicht mehr aufladen soll egal verdammt 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 ich habe gar nicht auf die heiße geguckt wie viel wir geschafft haben ja absolut verkackt aber wir haben ja noch mal den experten modus der probieren das noch mal aus wie sie es mir runden zeit los verdammt nein ich hab's weg getrunken okay unser gegner ist der mit dem rosa dings bums sand ocean pipe wir bleiben so bittig max speed ist gut standard sand ocean finde ich super okay wer will ungenockt werden wer will wer hat noch nicht gehen wir fahren wir hier so das hat keiner hatte gesehen wir gehen alle weg ich komme hier denn kovin ist kommt ein bisschen zur seite fahren mich erkennt man im geilen bio rex das war nämlich ein bisschen aufladen hier wieder jungs enttäuscht mich nicht die sterben das ist jetzt nicht von einer weg welche da wäre ich mich enttäuscht ne verdammt ich dachte ich könnte mich da wie links piccolo weggenockt er war mir eben dort ja den auf weg okay gehen wir aus weg gehe aus dem weg zweite runde das war die zweite jetzt das finale okay wir sind erst 11 wir müssen aber ein bisschen voran ziehen hier fünfter neben vorbei und das ist wie sie ohne probleme hier bin ich in turbo speed okay wir müssen ein boost mich noch aussparen hier können wir und dann ins ziel ja das war das dritte rennen yes 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 das ist gut das gut 27 kunden zum schluss da haben wir richtig hier gerockt würde ich sagen ja der bio rex ist gar nicht so schlecht ne james mcleod ist unser hier willst wissen ist das unser ja james mcleod ist hier unser top rivale ich glaub den müssen wir mal zeigen was wir mit rivalen machen ne viertes rennt david forest so ist gut ein bisschen mehr max bieten beschleunigung war das schaffen wir können wir boosten ist das da unter die wahl er hat überlebt aber er leuchtet ne ärztlich überlebt aber naja man kann sich alles im leben haben und muss auch mal ein stück so da hinten ist noch die wahl bern 2 jetzt ja jetzt auch überlebt verdammt ja doch nicht weg mit euch ihr nacken ich muss ja ein sieg einfahren na das auch überlebt nicht dass ich das wollte oder so es wäre fies und so schummel ja nicht ich versuche ja auf ehrliche art und weise zu gewinnen kreis kurve aber so bärchen macht aber zu viel spaß wenn man schon die gelegenheit hat tschüss piccolo ich glaube picolas und wir haben schon mittlerweile zehn mal diesen let's play abgeschossen ich hätte nicht brüßen soll muss ich immer wenn ich nicht soll nein 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 ein bisschen ruhiger langsamer ist es muss mit dem es ist okay jetzt können wir wieder das sind rivale geht weg ihr habt doch eh keine chance gegen mich ich bin hier der super fx game spieler und so okay standard scheint auch noch relativ easy zu sein gucken wir mal ob die anderen schrecken da ob die da noch schwieriger werden mit härteren mit einer härteren kai aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus ab ins ziel bussen bäm bäm finish yes das rennen haben wir auch gerockt vier haben abgeschossen mhm yeah ok das sieht gut aus nächstes rennen war das war das das vierte fünfte vierte perfekt jetzt kommt blaue big blue yes big blue zylinder das ist da haben wir die geile mucke beste ever trommelwirbel two one go zimmern junge wir haben ein rival der muss vernichtet werden aber auf der strecke ist das blöd mit dem vernichten da ist man eigentlich nur froh dass man hier runter fällt es geht hier gut sie die box verdammt ist mir gewinnt das aufgefallen ist da war t-rex da haben wir gar keine chance da hinten ist er schon wieder vergessen wer es war egal er muss sterben ich glaube das war der mit dem rosa schiff sie mein jürgen ist ihr vorbeiziegt mich ein boost sparen obwohl drauf geschissen dann müsst ihr gleich das ding kommt okay das ist mir schon erst die übertreibt sich mehr werde ich sagen aber ja du weißt wie schnell man sterben kann wenn man nie mehr ist was die fahren haben wir vorbei wie fies ziehen wir mal okay nicht mehr bussen kompinos beruhigen wir uns jetzt willst du überhaupt was wollt ihr überhaupt von mir ihr könnt doch eh nix ihr habt noch nicht mal privat oben auf kopf stehen ihr seid nix nix seid ihr ein bisschen bussen und jetzt die lüne das sagt ein bisschen knapp aus jetzt zum schluss aber natürlich hat sie gar keine chance geben 100 points wie sie 500 points wir haben 100 points vorsprung wir können sogar aber kaputt geht oder als letzter durchzieht was geht der letzte eigentlich so nicht viele punkte 10 oder so egal wir könnten letzter werden trotzdem noch gewinnen ok das sechste renten portal der high jump da haben wir das letzte mal kleinen unfall gehabt das wird diesmal bestimmt nicht passieren standard portal wie so wer hat die wahl der der möchte sterben ok ich habe das gefühl ich habe immer dieselbe gewalt also kann mich täuschen aber irgendwie das war es mit dem rival wer möchte noch mal wer möchte auch ich glaube dass wieder der mit dem rosa schiff da oben aber hat mich nicht schon mal kaputt gemacht kommt keine an so der ist auch kaputt schön hinaus den weg was wir überheizen verdammt die kurve sind ein bisschen tricky da kommen wir aber mit zu viel speed darunter gerast effekte komischer school skelett und so ich glaube das war der verdammt daneben daneben gehauen eine gewalt eine gewaltt tschüss mit dem das war es mit dem rivalen wenn ich die wahlen sie ja wo sterben kann keine rival zulassen wenn ich sie ziehen lasse werden sich vielleicht irgendwann eine konkurrenz das kann ich nicht zulassen das war jetzt nicht so tolle vielleicht kommen wir besser rum mit vom gras geht ja es geht aber vom gras gehen ist bei der ski voll uncool wir machten sowas ok jetzt müssen wir nach vorne bussen da sind schon die ersten siebter fünfter noch in die wahl kommt ja alle her das ist wohl jeder sie war denn ihr könnt doch gar nichts guck mal wie ich hier vierten bilden ich lasse mir vollzeit ihr nasen links komme so ein bisschen top speed erreichen was willst du du nase so ich würde sagen sie vorbei 2 wir kriegen den auf wir kriegen da wird sich so ein arsch beißen haben wir es dir gegeben den jungs die worte jetzt 37 sekunden rekord zwei minuten zwei minuten eins nicht schlecht nicht schlecht so wir waren ja tja rivale was hat unsere rivale gar nix captain falcon dadurch hier darf sich auch jeder war irgendwie unsere rivale nennen ok dann gucken wir mal die siegerjahrung finde ich super kongratulation jika standard hier wir haben wir so rockt die new city waren die ersten platz gemacht bestzeit 1 minute 50 silence das erster platz nur tausende 2 verdammt ich dachte wieder schneller gewesen hätten wir wahrscheinlich die bus mitgenommen ich frage mich wie man hier die 1800 schaffen soll das muss man erklären david's forest vier ausgeschaltet ist okay ist okay so lange die rivale dabei war bin ich zufrieden der porto waren wir sogar fast schnell auf als hier bei silence da total ranking erster platz 11 kaputt gemacht fitx super so ist gut wie weit wollen die fahrt wollen die bis zu mir nach hause mit dem alle ok ich hab's geschafft ja auch standard ist also neu dass da so eine figur da vorne steht ok captain falcon sieht das so schön aus wirklich sehr hübsch so eine kleine 2d figur und das unser bio rex ist ja auch nicht schlecht aus und nun na doch mal hier so feuerwerk so vielen dank fürs reinschalten ich hoffe es hat euch gefallen wir haben wieder die jack abgerockt ganz easy mal gucken ob standard wo die anderen strecken ein bisschen schwieriger sind auf dem standard level aber auf jeden fall machen wir danach dann noch mal den expert modus und gucken ob wir dann überhaupt noch konkurrenz kriegen in dem spiel auf jeden fall vielen dank fürs reinschalten ich bekomme videos